Es gab in der Literatur des frühen 20. Jahrhunderts nur zwei wahre Fundamentalisten. Beide wurden in Wien geboren, beide waren die Söhne vermögender jüdischer Fabrikanten, beide waren unglaublich streitostig. Der eine, 1895 geboren, war der Philosoph Ludwig Wittgenstein. Er suchte sein Heil in schmucklosen, immer kürzeren, immer präziseren Aussagen, deren Anlage er einer unbarmherzigen logischen Hierarchie unterwarf. Ich erinnere Sie, verehrte Zuseher, hier nur an den streng, fast schon zu Tode zitierten Satz, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Wittgenstein wollte Ordnung schaffen in der Welt der Sprache. Der andere Fundamentalist, Karl Kraus, 1874 geboren, sah eines seiner großen Ziele in einer Bereinigung der Sprache von ihren Missständen. Wer in der Sprache schlammt, bei dem kann auch die innere Haltung nicht stimmen. So könnte sein Credo geheißen haben. Er sagte, die deutsche Sprache ist die tiefste, die deutsche Rede die seichteste. Und so lautete einer seiner berühmtesten Aphorismen. Und er fügte das Gebot hinzu, das geschriebene Wort sei die naturnotwendige Verkörperung eines Gedankens und nicht die gesellschaftsfähige Hülle einer Meinung. Wer das Wort Aphorismus bis zu seinem griechischen Ursprung verfolgt, stößt dort auf die Bedeutung klare Abgrenzung. Ein bestimmter Tatbestand wurde gegen einen anderen klaren Tatbestand abgegrenzt und dazu in eine sprachliche Form gebracht, die sich dem Leser oder dem Zuhörer einprägte. Ärzte waren die ersten, die sich der Aphorismen bedienten, um ihren Schülern oder vielleicht ihren Patienten eine bestimmte Symptomatik zu erklären. Das fand bald Liebhaber über die Ärzteschaft hinaus in die europäische Literatur hinein. Mit einem geistreichen Aphorismus überreichte der Autor, überreichte die Autorin gleichsam eine Visitenkarte der eigenen Brillanz. Karl Kraus, die Hauptfigur unserer heutigen Sendung, war der große Meister dieser Kunstform. Manche seiner Aphorismen füllen gerade einmal eine oder anderthalb Zeilen, andere eine ganze Seite. Es geht naturgemäß um weit mehr als nur um exakt beschreibende Aussagen über Tatbestände. Es geht um deren Erhebung in den Stand von Kunst, wenn Sie so wollen, verehrte Zuseher, geht es um den Akt der genialen Beflügelung, Pegasus. Beispiele gefällig. Moral ist die Tendenz, das Bad mit dem Kinde auszuschütten. Oder es gibt Menschen, die es zeitlebens einem Bettler nachtragen, dass sie ihm nichts gegeben haben. Das sind zwei von 10.000 Beispielen. Aber lassen Sie mich noch einen weiteren Aspekt hinzufügen. Eingangs unserer Sendung wurden die beiden Österreicher als Fundamentalisten bezeichnet. Es hätte auch heißen können, dass sich beide als Herrscher über einen neuen Kosmos verstanden. Wittgenstein war der Schöpfer eines Kosmos, aus dem der Belast der überflüssigen Sprache radikal entfernt worden war. Das Reich des Aphoristikers Karl Kraus kannte dagegen überhaupt keine Grenzen. Es umfasste die Kunst und die Wissenschaft, alle sieben Todsünden und mehr. Theater, Speichelleckerei, Börsen, Intrigen und zweifelhafte Karrieren. An der Universität, kurzum, nichts war vom intellektuellen und sprachlichen Herrschaftsanspruch ausgenommen, was in das Blickfeld dieses Karl Kraus geriet. Biografen von Karl Kraus haben darauf hingewiesen, dass ihm ein paar Glücksmomente diese Rolle als souverän leichter gestatteten als anderen Anwärtern auf jenen Thron. Die Familie, der er entstammte, war gleichzeitig liberal und wohlhabend genug, ihn seinen eigenen Weg gehen zu lassen. Selbstverständlich durfte er nach seinem Abitur studieren, wohin ihn seine Neugier trieb. Belegte den einen oder anderen Kurs in der Jurisprudenz, betrieb ein wenig Germanistik, ein paar Semester Philosophie. Klar, ein Abschluss wäre nicht ungern gesehen worden. Doch der junge Mann stand unter keinem Druck. Er würde seinen Erfolg schon finden. Er fand ihn, da war er gerade 23 Jahre alt, als Literaturkritiker. Und ihm behagte dieser erste Triumph so sehr, dass er kurze Zeit später seine eigene Zeitschrift gründete. Sie trug den aufklärerischen Titel »Die Fackel« und erschien in nicht immer regelmäßigen Folgen bis zum Tod von Karl Kraus im Sommer 1936. Da waren bereits mehr als 900 Nummern der Zeitschrift erschienen. Anfangs duldete der Chefredakteur und alleinige Herausgeber, also Kraus, noch andere Beiträger in seinem Blatt. Ab 1912 schrieb er jeden Artikel selber. Er konnte sich sein eigenes Reich leisten, intellektuell und schriftstellerisch ohnehin, dazu noch frei von finanziellen Problemen. Man muss den Faktor der wirtschaftlichen Unabhängigkeit dieser Zeitschrift schon deswegen hervorheben, weil sich die meisten anderen Zeitungen und Zeitschriften in enormen ökonomischen Abhängigkeiten befanden. Da gab es den Druck der Konkurrenz, den Druck der Geldgeber, den Druck der Inserenten. Man konnte Geld verdienen mit dem, was man schrieb und verdiente oft sehr viel besser mit dem, was man eben nicht an die Öffentlichkeit brachte. Das hat sich ja bis heute nicht so dramatisch geändert. Kraus war von solchen Pressionen frei und er verfügte auch über die finanziellen Mittel, zahllose Prozesse durchzufechten. Ich habe mindestens 200 gezählt, denn anders als wir es von, sagen wir, Arthur Schnitzler kennen, endeten kränkende Auseinandersetzungen damals im Wien der Jahrhundertwende nur ganz selten in einem Duell. Wesentlich häufiger landeten sie vor Gericht. Karl Kraus hatte nur zu einer Frau und zu wenigen Männern eine lebenslange, enge Beziehung. Zu den wenigen Männern gehörte sein Rechtsanwalt. War Karl Kraus rechthaberisch, besserwisserisch, unerträglich? Ja, von allem ein wenig. Wobei seine Kritiker zugestehen müssen, dass er meistens Recht hatte, dass er vieles besser wusste und dass es fast alle seiner Gegner verdienten, von ihm auf unerträgliche Weise traktiert zu werden. Nehmen wir zunächst einen der bekanntesten Fälle, die sogenannte Affäre Eulenburg. Graf Eulenburg war einer der engsten Vertrauten von Kaiser Wilhelm II. Und wurde das Opfer einer Intrige, die ein anderer Vertrauter, Friedrich August von Holstein, gegen den Grafen gesponnen hatte. Holstein steckte den Berliner Publizisten Maximilian Herden Dokumente zu, die belegten, dass Eulenburg mit Mellern geschlechtlich verkehrte. Der Publizist veröffentlichte die Dokumente und brachte es durch ein paar juristische Abgefeimtheiten dazu, dass einige dieser Zeugnisse tatsächlich gerichtlich verwertet wurden und Eulenburg ein Prozess wegen Main-Eids drohte. Das unappetitliche Verfahren trug sich zwischen den Jahren 1906 und 1908 zu und löste den mit Abstand prominentesten Skandal des Wilhelminischen Kaiserreiches aus. Karl Kraus war nun bei Leibe alles andere als ein Anhänger der preußischen Monarchie. Dennoch stürzte er sich entschlossen in die Schlacht gegen jenen Journalisten, Max, gegen jenen Maximilian Herden, der sich aus Sensations- und Geldgier zum Werkzeug eines Teils der Berliner Hofkammeria hatte machen lassen. Dabei empörte Kraus besonders die Ausbeutung des Sexuellen, der Privatsphäre eines Menschen zum Zweck der Auflagensteigerung. Maximilian Herden wurde in einer Doppelnummer der Fackel literarisch hingerichtet, als menschliches Schwein und als verschwurbelter Schreiber. Wenn Kraus zuschlug, benügte er sich nicht mit Halbreiten. Ganz besonders möchte ich Ihnen aber das Hauptwerk von Karl Kraus ans Herz legen, verehrte Zuseher. Ein Werk, das Theatergeschichte schrieb und doch niemals vollständig aufgeführt wurde. Selbst sein Verfasser hielt es für unspielbar. Die Rede ist von jedem Drama in mehr als 200 kürzeren und längeren Szenen, das den Titel trägt, die letzten Tage der Menschheit. Karl Kraus bittet hier die Protagonisten des Ersten Weltkriegs auf die imaginäre Bühne. Herrscher, Offiziere an der Front und in der Etappe, Rüstungsfabrikanten und selbstverständlich mit ganz besonderer Eleganz die Kriegsberichterstatter mit den Journalisten und auch Schriftsteller, die teilhaben wollten an den großen patriotischen Gefühlen. Ludwig Ganghofer zum Beispiel, um nur eine besonders ekelhafte Erscheinung zu erwähnen. Das Stück ist eine Mischung aus, eine Collage aus Originalzitaten und satirischen Kommentaren. In einer Figur, das ist die Gestalt des Nörglers, hat Kraus sich selbst ein kleines Denkmal gesetzt. Den Widerpaar zum Nörgler nimmt der Optimist ein, das klassische Komiker-Dogo also. Diese Zwischenszenen begleiten oder unterbrechen die Handlungen und sie erlauben es dem Publikum, also dem Leser, immer wieder kurz Luft zu holen zwischen dem Dröhnen der Originalzitate. Wer sich ein Bild über den Ersten Weltkrieg und das ganze Ausmaß der seelischen und damit natürlich auch der sprachlichen Verrohung machen will, kommt an diesen letzten Tagen der Menschheit nicht vorbei. Dessen letzter Satz lautet, ich habe es nicht gewollt. Sprecher dieses Ausrufs ist in diesem Fall Gott, der Allmächtige. Die Urheberschaft für das Zitat liegt übrigens bei Kaiser Wilhelm II. Doch auch die kriegslüsternen Literaten, die Kraus zitiert, wollten es später nicht gewollt haben. Und an ihre Schriften erinnert, wollten sie selbstverständlich auch nicht werden. Die allfälligen Prozesse überdauerten das Kriegsende um ein gutes Jahrzehnt. Wir haben gerade davon gesprochen, dass jene letzten Tage der Menschheit zwar sehr wohl lesbar, doch für die Bühne kaum aufführbar seien. Und in der Tat kann man die Aufführungsversuche an den Fingern einer Hand abzählen. Ein wenig darf uns das schon verwundern, denn Karl Kraus war neben vielem anderen auch ein Mann des Theaters. In jungen Jahren hatte er nicht ohne Erfolg als Schauspieler agiert, später die deutschen Übersetzungen der großen Dramen von William Shakespeare bearbeitet. Doch das zählte wenig gegen seine Zauberkraft als Rezitator. Seit 1910 trug er aus seinen eigenen Schriften vor. Später rezitierte er auch die Werke der von ihm als Verwandt eingestuften Künstlergrößen, Shakespeare etwa, aber auch Nestroy. Das Publikum war hingerissen, war ihm, wie er schrieb, ausgeliefert. Kraus nannte diese Veranstaltungen seine Vorlesungen. Das war ein riskantes Wortspiel, denn Vorlesungen kennen wir aus dem akademischen Betrieb. Eine Vorlesung ist ein pädagogisches Unterfangen zur Vermittlung von Wissen, dem Rationalen näher angesiedelt als der Kunst. Die Vorlesungen von Karl Kraus aber glichen eher Beschwörungen. Ein paar Tondokumente sind noch davon erhalten, wenn Sie ihn lauschen. Verehrte Zuseher, dann wird sie ein leichter Schauder packen. Einmal erfahren Sie, was bei Deklamationen höchste Expressivität bedeutet. Zum anderen wird aber auch überdeutlich, was Volkstribunen aus diesen Tönen lernen können, wenn sie diese Kunst in den Dienst der Massenpropaganda stellen, wenn Musik zum Gassenhauer wird. Die Sprachkritik des Karl Kraus entlarvt Phänomene, zeigt unbarmherzig auf Schwülstigkeiten, auf falschen Pathos, auf das, was ein großer Bewunderer, Theodor V. Adorno, den falschen Schein nannte. Das ist Kulturkritik als beständiger Auftrag und auf allerhöchstem Niveau. Der Kaiser denkt immer nur, er schmücke sich mit neuesten Kleidern. Aber diese Kritik setzt voraus, dass sie durch das Beharren auf dem Wahren, den Unwiderlegbaren, tatsächlich auf etwas deuten kann, das den Menschen zur Einsicht, altmodisch gesagt, zur Läuterung verhilft. Aber 1933, drei Jahre vor dem Tod von Karl Kraus, kam einer daher, der die Phrase zur Kultur erklärte und durchsetzen konnte, dass der Schein zur Realität erklärt wurde. Zu Hitler fällt mir nichts ein, lautet einer der letzten Aphorismen des großen Sprachreinigers. Es war ein Eingeständnis der Verzweiflung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017